Hallo zusammen, mein Name ist Loris, ich mache die Lehre als Netzelektriker bei die Werkenversorgung Walisele und heute zeige ich euch meinen Berufswalt an. Kommt doch mit! Hier seht ihr jetzt, wenn ich das Kabel einziehe mit der Kabelzugmaschine, die nachher in die Raffustation reinkommt. Hier zeige ich euch ein Kabelanschliess, das ist eines unserer Haupttätigkeit, aber wir machen dann noch andere Sachen wie Strassenbeleuchtung, Strassensanierung und auch noch vieles mehr. Das Coole am Netzelektriker ist, dass der Arbeitstag vielseitig ist und dass es viele unterschiedliche Projekte gibt, die wir umsetzen dürfen. Was ich mitbringen, wenn ihr euch bei die Werke bewerbt, ist Interesse am Beruf, Freude an die Teamarbeit, ihr müsst sicher handwerklich geschickt sein, schwindelfrei und nicht farbenblind. Schön an die Werke ist, dass wir familiär und flexibel sind. Ich hoffe, euch hat die Übung gefallen, bewerbt euch doch!